Schulterübung Arnold Press. Die häufigsten Fehler ist ungleichmäßige Bewegungsausführung von rechts nach links, unkontrolliert zu schnell nach unten mit Umkehrschwung ausgeführt, das heißt am unteren Punkt nicht angehalten und dazu noch ins Hohlkreuz gefallen. Korrekte Ausführung unten im Core, Becken anspannen, Po anspannen, Bauch anspannen, kontrolliert Ausstoße nach oben und immer darauf achten, dass am tiefsten Punkt der Unterarm senkrecht steht. Bei der Bewegung nach oben kontrolliert Ausatmen.